Was hat in Armenien dazu geführt, dass Staat und Religion sehr eng miteinander verbunden waren, dass es von daher leichter war, eine christlich geprägte Kultur zu entwickeln, dass das Christentum auch durch alle Abbrüche der Geschichte, die es auch für Armenien gegeben hat, durchgehalten wurde. Es hat dazu beigetragen, dass übrigens die armenisch-apostolische Kirche auch über die Grenzen des heutigen Armenien hinaus präsent und wichtig ist. Das ist eine große Besonderheit. Ich glaube, dieser Transformationsprozess, den das Land im Augenblick erlebt, wird auch Auswirkungen für die Kirche haben. Und es ist gut, wenn sie sich dieser Aufgabe auch selbstbewusst stellt. Wir haben uns heute damit beschäftigt, unter anderem zur Kenntnis zu nehmen, wie groß der Anteil der armenischen Diaspora für den Aufbau des eigenen Heimatlandes ist. Das ist ein sehr interessanter Vorgang. Und da hat Armenien, gemessen an seiner Einwohnerzahl, einen ungeheuren Vorteil gegenüber anderen beteiligten Ländern aus der großen Tragödie des Armenien-Genozids, der Vertreibung so vieler Armenier in alle Länder. Und das ist für mich ein Stück davon, dass auch aus dem Bösesten dann plötzlich doch etwas entsteht, was man mit Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen kann. Das ist übrigens die Grundidee der Aurora-Initiative. Auch in der dunklen Geschichte des Genozids diejenigen Elemente aufzuspüren, auf die man mit Dankbarkeit blickt und diese Dankbarkeit in Aktion, in Kreativität, in Gestaltungswillen zu überführen. Also es ist ohne jeden Zweifel eine selbstbewusste Religion. Das spürt man auch, der Stolz auf die lange Geschichte dieser Religion. Aber trotzdem muss man zugleich sagen, der Transformationsprozess in Armenien, den wir gegenwärtig beobachten und mit dem wir glücklich sind, eine demokratische Transformation, eine Situation, in der die Bürgerinnen und Bürger des Landes ihre eigene Verfassung wirklich ernst nehmen und umsetzen wollen. Diese Transformation muss auch Konsequenzen für die Kirche haben.